Wann immer es Trennungen im Showbusiness gibt, schwingt bei einigen die Angst mit, dass Dinge ans Tageslicht kommen, die die breite Masse nicht erfahren sollte. Nach der unerwarteten Blitztrennung zwischen Helene Fischer und Florian Silbereisen gab es weder einen Rosenkrieg noch einen Skandal. Wirkliche Details, außer dass man nach so langer Zeit Freunde bleiben möchte, gab es nicht. Dabei hatte die Schlagersängerin zum Trennungszeitpunkt angeblich bereits einen neuen Mann an ihrer Seite. Und er kam aus ihrem Team. Aber den neuen an Helenes Seite meinen wir nicht, denn auch im letzten Jahr gab es im Leben von Erfolgssängerin Helene Fischer erneut eine Trennung. Dieses Mal war es ihr Creative Director, also der kreative Kopf viele ihrer Shows. Und der kreative Kopf, Kale Kalei, enthüllte jetzt in einem Talk Dinge, von denen sicher nicht mal der Schlagerstar etwas wusste. Knapp zehn Jahre arbeiteten Helene Fischer und ihr Choreograf miteinander, bevor sie 2019 ihre Zusammenarbeit beendeten. Nun war Kalei als Talkgast beim Moderator Maximilian Mann während seiner Daily Night Max Show zugeschaltet. Für alle, die Kalei noch nicht kannten, rollte Moderator Mann nochmals seine Geschichte auf. Kale sei gebürtiger Serbe und kam nach Deutschland. Seinen Traum vom Tanzen startete er einst in einer Karnevals-Tanztruppe. Auch wenn Moderator Mann sich darüber lustig zu machen schien, nahm der Star-Choreograf ihm gleich den Wind aus den Segeln. Punkt zwischen akrobatischen Höchstleistungen und dem Show-Olymp. Seiner Erfahrung nach würden genau diese Tanzgruppen akrobatischer Höchstleistungen vollbringen. Zudem habe er in dieser Zeit auch viel gelernt. Vor allem die Eigenverantwortung. Denn bei solchen Tanzgruppen sei man für Kostüm, Maske und Perücke meist selbstverantwortlich. Diese Eigenschaften hat er bei Helene Fischer wohl nicht mehr gebraucht. Da Kale Kalei sehr gut mit der ehemaligen Freundin von Helenes Freund, Thomas Seitel, befreundet ist, wird Helene dieses Detail, dass sie ehemaliger Choreograf einst im Karneval das Tanzt.